Was steckt hinter Total Equality, dem Prädikat für Chancengleichheit in Wirtschaft und Wissenschaft? Wir haben nachgefragt. Ja, das ist ein besonders schöner Tag. Wir haben das erste Mal mitgemacht und haben auch die Kriterien erfüllt. Warum haben Sie mitgemacht? Wir sind ja ein Unternehmen, Unfallkasse Nordrhein-Westfalen, was die soziale Sicherheit, Schutz vor Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten betreibt. Und da haben wir festgestellt, dass auch die Geschlechterfragen, der Zugang von Männern und Frauen zur Arbeit eine große Rolle spielt. Und bei uns ist der Frauenanteil insgesamt sehr hoch, aber in den Führungskräften noch unterdurchschnittlich und deshalb wollen wir gezielt dagegen arbeiten. Hilft das Prädikat da dabei? Das hat uns im Innenverhältnis schon sehr geholfen, um im Führungskreis, aber auch im mittleren Führungsbereich gegenüber dem Personalrat zum Problembewusstsein beizutragen. Und es wird uns weiterhelfen, unsere ehrgeizigen Ziele zu erfüllen. Was machen Sie konkret? Konkret geht es um Arbeitszeitmodelle, um Frauen mit Familie, aber auch Männern mit Familie die Balance zwischen Arbeit und Familie zu ermöglichen. Wir haben Arbeitszimmer eingerichtet, wo man im Einzelfall dann auch sein Kind, wenn es an der Betreuung, an der Pflege mal mangelt, mitbringen kann. Und wir haben ein Vier-Phasen-Modell, wo auch die Wiedereingliederung nach einer Familienphase eine große Rolle spielt. Nämlich, dass man während der Familienpause in Kontakt bleibt, auch weitergebildet wird und stufenweise am Ende der Familienphase auch wieder ins Team zurückkommt. Wiedereingliederung 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 Wiedereingliederung